Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von This War of Mine und wir befinden uns am 20. Tag. Alex ist gerade heimgekehrt von der Autowerkstatt und wird sich jetzt erstmal ins Bett begeben, denn er ist müde. Genauso ist Jan auch müde und in der Zwischenzeit kümmert sich Philipp jetzt mal ums Essen, der hat nämlich die ganze Nacht auf der faulen Haut gelegen und wir können dank dieses Vegetables jetzt erstmal zwei gute Mahlzeiten herstellen und das freut den guten Hausmann Philipp natürlich. Wir müssen übrigens noch testen, ob Alex vielleicht Gitarre spielen kann. Wäre ja auch mal ganz interessant. Und mich würde auch interessieren, wann denn endlich mal, vielleicht, so hoffe ich es doch, ein vierter Kompagnon für uns auftaucht. Wir haben mal kurz in die Nachrichten. Oh, es wurden Massengräber gefunden. Okay. Aber ich glaube mal in einer anderen Stadt. Und ansonsten gibt es keine weiteren Neuigkeiten, außer dass Weather FM uns mitteilt, dass es den nächsten Tagen etwas kalt wird. Und ich will eigentlich Musik anmachen. Klassische Musik natürlich. Ähm, ja, Philipp guckt jetzt mal nach. Natürlich fehlt mir... Was fehlt mir denn? Ich darf nur zwei bauen. Pff, was ist das denn? Okay. Das wusste ich nicht, okay. Ich darf also nur zwei Käfige bauen, um das System nicht zu sprengen. Vielleicht auch, weil sich nicht so viele kleine Tiere in unserem Haus bewegen, die ich wirklich fangen könnte. Ja, dann, ähm, dann baue ich vielleicht doch einfach noch einen zweiten Wasserkollektor. Dann, äh, aber bringt mir das was? Ja gut, dann kann ich doppelt so viel Wasser an einem Tag erstellen. Schon ganz praktisch. Stellen wir den noch direkt hier an die Wand. Und, äh, unsere kleine Privatwirtschaft hier im Haus geht damit zu seiner Wege. Das gefällt mir. Aufs Dach kommt man leider nicht, aber wir sehen hier im Hintergrund die zerstörte Stadt. Ist alles schon sehr traurig. Vielleicht baue ich ein Bett ins Baumhaus. Das ist dann so für den, für den bösen Jungen. Der sich nicht benommen hat, der muss dann ins Baumhaus. Ja, ein Wasserfilter. Achso, wir haben ja gerade die Wasserfilter geholt. Stimmt ja. Das heißt, ich kann jetzt hier schon die Wasserfilter einsetzen. Ähm, auf diesem Wege könnte ich natürlich auch, wenn ich jetzt ein bisschen Zucker besorge, äh, anfangen wieder hier ein bisschen Alkohol herzustellen, aber ich glaube, der Zug ist abgefahren. Vielleicht soll ich das Ding da unten einfach abreißen. Ich meine, ganz ehrlich, ich werde es wahrscheinlich eh nicht mehr benutzen, aber wir warten mal ab. Vielleicht finde ich ja noch ein bisschen Zucker, aber im Endeffekt brauche ich es einfach nicht, ganz ehrlich. Ja, sehr schön. Dann, ähm, das war schon eine Verschwendung, ne, wenn man sich das so anguckt. Ja, egal. Es hat sich gelohnt. Dann bauen wir als nächstes doch einfach noch, äh, ja, was denn? Ein Bett, würde ich sagen. Ein Bett kann man immer gebrauchen. Also ein weiteres, jetzt kann ich es mir wirklich erlauben, und das Bett setze ich dann wirklich hinten rein. Das heißt, ich muss in der nächsten, auf der nächsten Tour mir, ähm, noch sechs Komponents und acht Woods holen. Das sollte ja irgendwie drin sein. Also vielleicht nicht acht Woods, aber Franco kommt ja auch mal wieder vorbei. Dann passt das Ganze schon. Ja, Phil, setze ich nochmal unten in den Sessel. Und Alex und Jan erwachen. Ich schicke jetzt erstmal Alex zum Essen. Dann schicke ich Jan zum Essen. I haven't eaten for days. Das ist voll die Lüge. Ich glaube, der hat vor zwei Tagen das jetzt noch was gegessen. Das ist schon eine relativ, äh, weite Auslegung von ich hab lang nichts gegessen. Und dann schicken wir mal Alex zum Gitarre spielen. Das interessiert mich nämlich, ob er es wirklich so gut beherrscht. Dann chillen jetzt mal alle hier rum. Komm, Alex, bitte sei ein guter Spieler. Mein Gott. Das sind wirklich drei absolute unrhythmische, unmusikalische Kacken-Noobs hier. Sie da sitzen, vollkommen deprimiert in diesen zwei veruntergekommenen Sesseln, die sie sich aus irgendwelchen Lumpen zusammengestrickt haben. Und Alex sitzt daneben, klimpert auf der Gitarre. Ein wunderschönes Bild. Und dabei gedenken wir alle gemeinsam unserem lieben Freund Jakob, der in der Kirche vor Gottes Augen einfach erschossen wurde. Weil er in der Wand stand. Ah, Mann. Ja, I'll gladly eat something. Ich mein, ich könnte jetzt natürlich auch irgendwie dafür sorgen, dass die nochmal eine Portion nehmen und wirklich mal komplett satt sind. Aber ganz im Ernst, das kriegen die schon hin. Jetzt ist keiner traurig. Alle sind nur leicht hungrig. Das ist wirklich eine ideale Situation. Nur dass Jakobs Zustand mit Tod etwas dramatischer ausfällt. Aber mein Gott. 13 Grad. Langsam und sicher können wir auch anfangen zu heizen. Das heißt, ich sollte mich auch nochmal besonders nach Wood umgucken, um eben noch viel Heizöl zu holen. Ja, was haben wir denn noch nicht besucht? Wir könnten diese in Trümmern liegende Villa mal aufsuchen. Da gibt es auch viele Materialien, viel Essen. Das machen wir nochmal. Ich würde sagen, Jan darf jetzt mal wieder auf Tour gehen. Philipp schiebt Wache. Und wir geben Jan... Ja, Lockpicks werden wahrscheinlich praktisch. Wir geben ihm aber einfach erstmal eine Säge mit. Vielleicht brauchen wir die ja. Wobei, nee. Wir nehmen gar nichts mit. Stopfen uns erstmal komplett voll. Und schauen dann einfach, ob wir noch irgendwas brauchen können. Das klingt doch... Also, dann kommen wir nochmals nochmal wieder, will ich damit sagen. Das klingt doch nach einem guten Plan. Was ist das denn? Ach, das haben jetzt noch Leute... Oder wir leben noch weiter Leute. Okay. Ach, guck mal. Finde mal direkt das, was ich hier auch wieder suche. Das ist ja ein einziger Traum. Hm. Dann gehen wir doch hier mal rein. Ab in den Keller und sind immer ganz leise. und hoffen einfach mal drauf, dass der Typ... Scheiße, das geht da natürlich raus. Wo geht der hin? Wow, okay. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf. Ja, jetzt habe ich schon genug Sachen zusammen, um mein Bett zu bauen. Ist doch toll. Der Typ rennt jetzt mal ganz woanders hin. Hm. Ja, ich würde mir selbst vorschlagen, dass ich dann jetzt doch erstmal abhaue. Ich habe alles, was ich brauche und laufe nicht Gefahr, mich hier mit irgendjemandem anzulegen. Ich bin ja irgendwie ein bisschen nervös, wenn es darum geht, auf fremde Gestalten in diesem Krieg zu treffen. So. Day 21. Mal gucken. Ich denke, diese Nacht würden wir nicht überfallen. Ich denke aber auch, dass Franco so langsam und sicher wieder auftaucht. Ist die Frage, ob ich ihn überhaupt brauche. Philipp ist krank. Oh nein. Er könnte ein paar Pillen gebrauchen. Ja, dann schmeißt die rein. Oh, er ist nicht nur slightly sick, er ist richtig sick. Jetzt versucht das Spiel mich aber echt ein bisschen fertig zu machen. Es sind noch 8 Grad. Ich muss anfangen zu heizen. Ja, Philipp muss ins Bett. Hat keinen Zweck. Jan legt jetzt hier erstmal ein bisschen Feuer rein. Sammelt hier erstmal das Essen ein. Alex, guck mal nach, ob man kochen kann. Was fehlt mir denn? Food sammeln wir gerade. Wasser haben wir auch genug. Sammeln wir mal weiter hier. Dann setzen wir jetzt die Fallen wieder ein. Ach, wir haben schon wieder einen Fertilizer. Das gefällt mir. Und jetzt nochmal einen Raw Food. Alex macht jetzt hier erstmal ein paar Mahlzeiten klar. Ja, so viele vielleicht nicht. Wir sollten ja immer ein bisschen Food noch übrig behalten. Nur zur Sicherheit. Kann ich Wasser machen? Ja, ein Fertil habe ich noch. So, dann schicken wir Jan jetzt auf die Reise, um das Bett zu machen. Und dieses Bettbaum war natürlich ins Baumhaus, wenn das geht. Ne, oder? Jetzt verbietet ihr mir das. Ich raste aus. Ich will ein Bett im Baumhaus. Ach, wie langweilig. Ja, schade. Das, äh, da ist dieser Spaß wohl gelaufen. Mann. Da oben ist auch kein Platz. Auf die Veranda geht's auch nicht. Ja, wohin denn dann? Nehmen die Alkohol-Ecke. Ja gut, dann setzen wir uns wirklich dahin. Das ist im Prinzip so unser kleines... Wenn man wieder ein bisschen headache hat, darf ich es dann nachts da hinsetzen. So, Alex, ähm, setzen wir mal unten... Das ist jemand an der Tür. Franco. Franco. Alex geht handeln. Philipp schicken wir eben was zu essen. Essen. Ähm, und danach setzt er sich dann wieder hin. Aber ich glaub, Philipp wird's dann besser gehen. Er fühlt sich auch terrible. Das heißt, diese Krankheit wird auf jeden Fall sich ein bisschen länger ziehen. Er muss also auf jeden Fall noch ein paar Pillen nehmen. Ich denke, dass ich nochmal im Krankenhaus vorbeigucken sollte, um nochmal was zu klauen. Ich könnte Philipp auch hinschicken, aber ich weiß nicht, ob die auch Leute versorgen, die einfach nur krank sind und nicht verwundet sind. Das weiß ich einfach nicht genau. Ja, Jan kann ja direkt mal hier unten pennen gehen. Dann lassen wir Alex mal hier den Handel führen. Also, was wir gebrauchen können, sind Filter natürlich und Brennholz. Ammo auch. Wir sollten uns echt auf den Winter vorbereiten. Wasser brauchen wir auch immer. Ja, was kann ich dem geben? Ich hab ja wieder mal nix zu mandeln eigentlich, ne? Scheiße. Tja, natürlich, du würdest er das annehmen. Ist ja auch super viel wert. Die Bandagen, aber die will ich behalten. Ja, 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 ja. Es ist gerade nicht so cool. Ganz im Ernst, ich kann einfach mit Franco gerade nicht handeln. Der nutzt mir nix, der alte Sack. Tut mir leid. So, dann ist für Alex der Tag jetzt auch gelaufen. Man kann sich jetzt in den Sessel setzen. Vielleicht können wir ja einen Lockpick oder sowas bauen. Mal gucken. Ich mein, Sägeblätter und Lockpicks brauche ich ja schon noch. Ich könnte auch diesen... Was mach ich denn jetzt gerade? Mich auszusehen. Ich kann den Workshop ausbauen. Mach mal das doch. Ach, damit kann ich mir selber Munition bauen. Ganz im Ernst, das brauche ich aber auch einfach nicht. Ich sammle so selten Gunpowder ein. Ich glaube, ich mach mir einen Lockpick klar. Oder vielleicht sogar vier Lockpicks. Dann sind wir da ein bisschen auf Vorrat getrimmt. Ich meine, wir haben ja Zeit jetzt hier tagsüber. Jan schläft im Alkoholkeller. Philipp erholt sich da so halbwegs. Und so zieht ein weiterer Tag ins Land. Ja, wir sehen, Temperatur ist auf 23 Grad. Der Heater pumpt schon ordentlich. Vor allem ist da immer noch fünf Feuerholz drin. Das ist ganz cool. Also so viel verbraucht er auch einfach nicht. Da haben wir ein weiteres Wasser hergestellt. Das ist auch super. Und so langsam aber sicher ist Alex fertig mit dem Zusammenbau der Lockpicks. So, dann gucken wir mal. Wir können auch noch eine weitere Säge bauen. Warum machen wir das nicht? Kann man immer gebrauchen. Haben wir das auch einfach schon mal hinter uns, ne? Hätte ich noch eine bauen können? Tatsächlich sogar noch zwei. Ey, das machen wir doch einfach. Haben wir erstmal auch Sägen auf Vorrat und dann können wir, ähm, Komponents haben wir zwar keine mehr. Aber ganz im Ernst, wir haben so viel Vorrat. Und ich gehe jetzt als nächstes nochmal ins Krankenhaus, gucke, ob ich da nochmal an die Medizinschränke reinkomme, um noch ein bisschen Equipment da zu klauen. Und dann passt das Ganze schon, denke ich. Und sollte auch mein Medizinvorrat wieder ein bisschen aufgeführter sein. Jan ist ausgeschlafen, ist doch auch schön. Das heißt, er kann sich jetzt auch schon mal in den Sessel hocken. Und Phil geht nochmal zum, äh, Alex geht nochmal zum Radio. Ich schalte einmal hier komplett nach rechts und dann gucken wir nochmal. Aber es gibt gerade nichts Neues. Nein. Außer, dass es kälter wird. Aber wir sehen, unsere Hütte ist schön warm. Und damit, äh, neigt sich dieser Tag dann auch dem Ende entgegen. Und wir beenden ihn. So, dann würde ich vorschlagen, nochmal ab ins Krankenhaus. Jan zieht los, Philipp muss natürlich pennen und Alex muss Wache halten. Anders geht's leider einfach nicht. Ach, es gibt keine Meds mehr. Scheiße, dann gehe ich auch nicht ins Krankenhaus. Lots of Meds im Small Apartment Building. Da haben zwei Ältere, hatten so mit ihr seinen Eltern gelebt. Hm, Danger. Nee, Danger gefällt mir nicht. Im Old Town gibt's Lots of Meds. Dann gucken wir uns da doch um, oder? Ja. Wir nehmen sicherheitshalber Lockpicks mit, denn Meds sind ja in der Regel verschlossen. Wir nehmen auch zwei Sägen mit. Äh, und dann schauen wir mal, was wir da noch so tun können. Aber, das machen wir in der nächsten Folge. Denn, äh, diese Folge endet an dieser Stelle. Ich danke euch fürs Zugucken und wir sehen uns dann wieder, wenn wir uns durch die Altstadt durchschlagen. In der nächsten Folge von This War of Mine. Bis dann, alles Gute. Ciao. Ciao. Ciao.